Es ist jetzt 22.30 Uhr. Wir müssen Energie sparen für den Krieg, der dem Frieden dient. Der Strom wird jetzt abgeschaltet. Gute Nacht, Genosse. Morgen muss deine Arbeit für die Partei besser sein als heute. Denk daran, selbst im Schlaf beobachtet sich der große Bruder. Der große Bruder sieht dich an.